So, hier sind wir wieder zurück, Assassin Street, Bobson Gaming, mit dem Tempelritter. So ein Wichser hat mir gerade den Charakter weggenommen. Dann eben mit dem Joker. Ich hätte den da links genommen, ne? So auch cool aus. Den neben dem Templer. Den, den fetten. Ich weiß nicht, ob der fett ist. Wie abfällig. Den fetten. Jeder hat diesen Charakter, diesen fetten Perser mit dieser Bobson. Bommelmütze. Ne, der hat da auch so eine Templermaske aus. So sah es aus. Templermaske? Ja. Und vielleicht manche in Arzt. Ne, ich weiß wie der Arzt aussieht. Ich habe, ich spiele gerade Assassin's Creed 2, um mein Wissen aufzufrischen und Brotherhood gleichzeitig. Hört ihn euch an. Eins auf dem PC, eins auf der Playstation. Das ist Multitasking hoch 10. Ein wahrer Pro-Gamer. Wenn jetzt mal das Spiel starten würde, wäre ich sehr glücklich. Wacht, es geht eh nur 10 Minuten, das passt immer ein paar rein. Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Dann müssen wir jetzt an den Linken. Durch die Tür gegangen. Hey, Alter, als das geil gewesen. Jetzt ist das eingesperrt. Muss jetzt da drinbleiben. Weiter gehts. Nächstes Ziel kommt. Wir machen jetzt mal eine richtig geile Runde. Komm, ich werde diese Runde nicht unterbrechen, egal wie schlecht sie ist. Ich werde immer wieder auf den Aufnahmen zurückbringen. ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Wo? Lachs mal. Ich kenne die Charaktiere nicht auswendig, ich sehe die nicht mehr aus dem... Kacke, oh kacke, oh kacke, oh kacke. Oh kacke, der Templer? Ne. Ist das auch so, war's der Templer? Ja, das war der Templer. Danke. Ficken! Gott sei Dank, Alter! Der war nicht schlecht. Na, das war überlack, ey. Der hat sich auch Bommel gelaufen. Hab ich gesehen. Aber man kriegt auch nie jemanden, der relativ nah dran ist, oder? Doch, doch, ab und zu kriegst du den. Muschi im Kleid. Wenn du nach hinten guckst, ist das immer sehr seltsam. Ja, da ist er. Ah, das ist gut. Ich muss noch meinen Verfolger als Kleid. Hat sich verkehlen. Hinter dir kommt, oder? Auftrag verloren. Fuck! Ah, ich dachte... Ah, ich weiß, was du... Oh, nee. Keine Offensive Snoop. Ja! Gut so. Äh, und den... Ich weiß ich, wer heißt. Ich nenne ihn Almor Lim. Ähm... Almor Lim? Okay. Dann heißt er ab jetzt Almor Lim... Äh, wie nennen ihn immer? Den Krüppel, oder? Den Hessler. Ich fand den Adligen bei Brotherhood immer cool. Yeah! Der mit der... Mit der Hakenhand. Leise! Nicht! Ich muss Phil's Sachen mal kurz nachkommentieren, weil wenn er anfängt zu flüstern in seinem Wahn... Wo ist denn der? Almor Lim? Ach ne, er heißt ja der Krüppel. Wir wollten... Ah, scheiße! Offensive Smothorn! Ich mache dich zum Narren! Das macht man eigentlich nicht. Ich hab mich wirklich nur erschrocken, weil ich dachte, er wär mein Verfolger, weil ich bin... Aber du hast ja abgewartet, also... Ja, ich hab schon Punkte ein bisschen flöten gehen lassen. Weil ich eigentlich nicht eins von diesen Arschlöchern bin. Wo ist er? Der... Ich nenne ihn den Bettler. Auftrag verloren. Und er wär's nicht gewesen. Und da kommt aber einer. Wo? Ich hör's flüstern. Ja, da kommt aber einer. Ah! Alter, beide. Der war dumm. Ah, der war dumm! Ehrenhaft gestorben, oder? Ja, ehrenhafter Tod. Wenn man den Stunbutton presst, wie alle anderen Idioten. Mensch Leute, hört doch mal auf mit der Scheiße. Wenn euch jemand gut killt, dann lasst das doch auch zu. Die Leute drücken immer wie Spasten diesen Knopf, um ja nicht viel Punkte seinem gegenüber zu gönnen. Da ist er ja. Ja. Oh, er ist in der Nähe. Irgendwo ist er. Da ist er. Da ist er. Das war's übrigens Niveau-Limbo. Danke für diesen Einwurf. Er hat drei Verfolger, der Typ. Ja. 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 Ich bin nur noch zweiter wieder. Aber das finde ich auch respektabel. Wie oft willst du den gleichen eigentlich noch töten? Wo ist der? Wo ist der? Ist das der? Ja, er leckt auf jeden Fall so rum. Ist das der? Oder ist jemand hinter uns? Ist das Flüstern? Ja. Ja. Jawoll. Ja. Ja. Zwei Verfolger und... Wo? Ist der bis hier? Oder um? Aber der Pirat kommt zu uns. Ich seh's. Das ist der Pirat. Jetzt ist die Frage, ob wir die Rauchbomben nehmen. Er schießt. Ja, ja. Schau ihn dir an. Diesen Lappen. Hat der eine Auffegranate geschossen? Ja. Du Pisser. Schon wieder. Wer ist es? Musi? Nee, Musi nicht. Ich will den Visier. Ich will den Visier. Oder ist es der? Einer von... Jetzt wird's aber echt lecker hier. Ich fülle es da einfach nur noch ins Mikro. Ist es schon wieder der Pirat? Das darf nur blasen. Steht nicht cool. Du. Ah, ne. Alter, noch ein Kill, Digga. Noch ein Kill, bitte! Wo ist er? Immer noch der Visier, ne? Der freut sich die ganze Zeit seines Lebens. Scheiße. Nein, läuft er. Ja, offensive smooth. Fick dich ins Knie! Und er hat mich vergiftet. Was ist das für eine Scheiße? 1300 Punkte. Das ist offensive smooth. Ist so... Ach man, Digga. Aber ich verstehe schon, dass es uncool ist. Das ist nicht so wie bei... Das müssten sie noch einbauen. So wie bei ordentlichen Online-Spielen. Dass man die Leute auch unflamen kann. Das muss doch auch einen Sinn haben. Du musst auch seine Aggressionen freilassen. Irgendwelche Mütter von fremden Menschen beschimpfen. Und sich halt ein bisschen daneben benehmen. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wer ist es? Alter! Jemand ist im Heuhofen. Ich hab's gehört. Was ist der denn? Fuck, fuck, fuck! Er ist es. Was ist es? Nein. Es ist sogar zwei. Ja, ich... Ich hör's aber krass schlüstern. Es ist... Keine Bitschule gerade getötet. Es ist der da oben. Es ist er da hinten, aber... Kommt er wieder rüber? Ich hab ja nur einen Verfolger. Kacke. Ich hätte mal... Gehen können. Oh! Er kommt. Da ist er. Was ist denn das für... Was ist denn das für ein Geräusch? Das heißt... Oh, genau. Spit! Ja, er töte wenigstens mit Stil, ja? So ein bisschen hämisch kommt da rüber, der Kerl. Ne, gut. Jetzt geht's ab, Leute. Okay. Eins. Zwei. Das ist der Nächste. Oh, es ist kein mehr. Ach. Es ist kein Verfolger. Ich kann alle töten. Ach, du hast den Animus-Hack, ja. Dicker. Jetzt geht's richtig ab. Wo ist noch einer? Sag's mir, sag's mir, sag's mir. Da. Dann wäre da. Okay, das ist aber mega in bar. Wo ist der Visier? Wo ist er? 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 Da oben klärt er. Ach, du hast den Animus-Hack. Okay, das kannte ich noch nicht, sowas. Nein. Das ist der Zweite. Der Andere. Ist nicht gerade in die Gruppe reingegangen, wenn er seinen eigenen gesehen hat. Nicht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Schöne Runde auf jeden Fall. Oh fuck. Scheiße. Schon wieder so ein Offensive-Smoke-Bomb. Wer ist das? Nicht mehr merken. Al Asea, du Wichser. Ist das ein Wichser? Wenn ich jetzt, wenn ich den Piraten habe, dann kriegt das jetzt richtig auf den Sack. Bitte gib mir den Piraten. Ah, Muggins. Die Schlampe. Zwei Verfolger. Das sind meine schlauen Kommentare so nebenbei. Ist nicht er gewesen. Doch, es ist nicht er gewesen. Ich hab dich aber auch gewusst. Level 1. Ne, ich dachte, er hat einfach nur so geworfen, aber ich Idiot, man kann ja nur sein Ziel. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist denn der... Oh genau, das ist ja. Jetzt durfte ich endlich drücken. Irgendwie bin ich so nicht. Ja, aber manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben, ne? Ja! Al Asea auch noch. Wo ist der Visier? Wo ist der Visier? Ja. Wo ist der? Da unten ist der Feuer. Da unten ist der Feuer. Na komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein! Nein! Eine Fickscheiße! Aber! Aber! Nein! Nein! So eine Fickscheiße! Ich wollte meine Emotionen auch mal frei laufen lassen. Guck dir den Stat an, mein Lieber! Ja klar. 13. Ja gut, der Animus-Hack hat halt. Ja, aber dafür musst du auch neun Leute, ähm, ne? Animus ficken. Ja, Bobson Gaming versucht sich zu steigern. Zweiter Platz. Du wurdest vom letzten übrigens getötet. Du warst einer von zwei. Gut, ähm, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann!